Hallo meine lieben MyQTuber. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Einige von euch haben sich doch gefragt, hat der Landwirt auch Hobbys? Selbstverständlich habe ich Hobbys. Und eins davon zeige ich euch jetzt. Das hat sogar auch was mit Kühen zu tun. Pass mal auf. Hier seht ihr Zwillinge, die wir vor zwei Tagen bekommen haben. Die halte ich als Mutterkuhhaltung. Das ist die Rasse Gelbvieh, die sehr auf ihre Kälber bedacht ist und sich auch sehr gut drum kümmert. Und auch ein sehr ruhiges Wesen hat diese Rasse. Davon halte ich einige Tiere. Hier bei uns auf dem Hof. Aber eben nur als Hobby. Und ich hoffe, es hat euch einen kleinen Einblick gegeben in eins von meinen Hobbys. Und ich wünsche euch bis zum nächsten Mal viel Spaß. Euer Helge aus dem Allkreis Wesermünde. Ciao. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!